Musik Rheingauer Brettspieltreff, weil analoges Spielen Spaß macht. Hallo Brettspielfreunde, heute stelle ich euch die erste Erweiterung von die Tavernen im Tiefen Tal vor, nämlich die Erweiterung Zimmer frei. Auch dieses Spiel ist von Schmidtspiele für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Zum Grundspiel, die Tavernen im Tiefen Tal, brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Wir sind Besitzer einer Taverne und wir versuchen, unsere Gäste gut zu bewirken, indem wir zum Beispiel ausreichend Bier ausschenken. In dem heutigen Video möchte ich euch nur die Erweiterung vorstellen. Die genaueren, detaillierteren Regeln, die werden dann in einem Extra-Video noch erklärt. In der ersten Erweiterung Zimmer frei bieten wir jetzt nicht nur Bier, sondern auch Wein an. Wir versuchen auch den Bedürfnissen der Adeligen gerecht zu werden, nämlich die möchten gerne bei uns übernachten. Und das Ganze wird hier in insgesamt vier Modulen dann gespielt. Wir haben hier das Modul A. Da haben wir jetzt neu die Sommelier-Karten, dann Quacksalbe-Karten, acht Weinmarker und zusätzlich noch einen Weinkeller. Die Sommelier- und die Quacksalbe-Karten kommen hier in diese Auslage. Dann nimmt sich jeder so einen Weinkeller und es kommen zwei von diesen Weinmarkern mit drauf. Und die werden dann in der Nähe des Spieltablos zusammen hingelegt. Das ist also das Modul A. Alle weiteren Regeln kommen dann in einem Extra-Video. Hier sind wir jetzt beim Modul B. Ich sagte ja schon, die Adeligen möchten ganz gerne hier bei uns übernachten. Und dafür bieten wir jetzt unsere Gästezimmer an. Jeder bekommt Gästezimmer, jeder bekommt zusätzlich noch ein Dach, dann auch noch Betten für jeden und im Spiel sind dann noch vier Pfarrer. Diese Gästezimmer werden übrigens oberhalb des Spieltablos hingelegt. Hier haben wir das G-Teile des Modules C. Da haben wir hier Wirtsplättchen, die wir im Spiel benutzen können. Dann Schuldscheine. Ein Gästebuch, dann noch ein Teil des normalen Spielplans, das damit ersetzt wird und vier Kritikerkarten. Und natürlich sind in unserer Taverne auch Politiker gerne gesehen, von denen man eventuell Aufträge kriegen kann, sodass wir also im Modul D dann hier verschiedene Auftragskarten haben, entsprechende Auftragsmarker in jeder Farbe. Dann ist die Bürgermeisterin natürlich eine wichtige Person und zwei Schriftrollen leisten. Das war die kurze Vorstellung der ersten Erweiterung von die Tavernen im Tiefen Tal. von Schmidt-Spiele für zwei bis vier Mitspieler ab zwölf Jahren. Wie gesagt, die näheren Details zu den Modulen kommen dann in den in ein oder mehreren späteren Videos. Viel Spaß dabei!